ein wunderschön da bin ich auch schon wieder euer odin ich habe eben schon versucht das video aufzunehmen aber da wurde ich am anfang also bevor ich ins spielerin bin unterbrochen von meiner frau weil unsere tochter konnte vier tage nicht kacken und heute jetzt kamen alle im schwall raus und da mussten wir jetzt mal baden und klamotten und naja ihr wisst was ich meine so ich werde video wie sagt in 4k aufnehmen so wie mir die playstation gibt ich werde aber nicht hdr ich weiß auch nicht ob es hdr hat aufnehmen weil youtube kommt mit hdr nicht klar also wenn ich es hochlade momentan jedenfalls keine ahnung warum und wir wollen uns jetzt einfach mal anzocken und gucken wie es ist ich liebe ja diese playling spiele ich habe ja playling habe ich ja schon einige mit euch zusammen gespielt und ich bin da gerade richtig heiß drauf zu lassen verbinden wir machen wir dann noch wo die kamera Bild von Mausi genommen, ich nehme jetzt übrigens das P10 und als zweite Handy nehme ich mein alter Samsung. Ach, ich habe vergessen Player 1 umzubenennen. Ist ja doof. So. Achso. Achso, man muss praktisch, ok. Oh, scheiße. Ok. Falsche Taste. Opa, falsche Taste. Achso. Oh, scheiße, ich habe geschmiert. Gut, ihn haben wir durch. Ist aber nicht, wer jetzt grün ist. Also, ich kann es euch nochmal zeigen. Ihr seht, blau ist DipTandy. Ne, rosa ist das Handy, blau ist dieses Handy. Also das seht ihr jetzt nicht. Hier habe ich dann halt die ganze Zeit ein rosa Bild und hier habe ich die ganze Zeit ein blaues Bild mit zwei Knöpfen. Das zeige ich euch gleich in der nächsten Runde. Nächste Level, nächste Level. Also, jetzt haben wir hier was anderes. Jetzt haben wir hier mit Rädchen, mit Stellteilen. Ja, das zeige ich euch. Also hier zweimal rosa. Und auf der anderen Seite ist es zweimal blau. Und damit muss ich die jetzt hier gucken. Welcher ist jetzt? Achso, der ist der. So, und dann ist der. Ne, ist der falsche. Der. Und der. Hoppala. Gut, der ist falsch. Ah, falsch. Mist. So. So. Warte mal. Und nochmal. Ne. Da habe ich es nicht richtig gemacht. Oh, falsche Richtung. So. Jetzt kommt der da aber wieder runter. Gut. Also das hier. Also das hier. Hier runter. Hoch. Hoch. Ich kriege erstmal die Beine durch hier. So. Ah, fuck. Fuck. Falsche. Ach, Mist. So. Also nochmal warten. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den blauen. Da kann ich nichts verkehrt machen. Und zack. Und hier. Und hier. Den haben wir durch. Und der. Der nicht. Der. Hier hoch. Komm nicht so hoch. Nicht so hoch. Land auf dem Punkt. Ne, der nicht. Halt. Falsch. Ach. Welcher war das? Der war das. Der war da oben. Die sind nämlich auch nicht hier auf dem Display in Reihe angeordnet. Halt. Ah, der hat es. Okay. Ach, scheiße. Jetzt habe ich den nicht. Zeit ist um. Mist. Halt. 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 Und da seht ihr zum Beispiel, wer wat steuert. Wenn ihr jetzt natürlich mit vier Leuten wärt würde wahrscheinlich jeder ence steuern. Und da müsst ihr sehen, dass ihr da irgendwie durchkommt. Ihr könnt natürlich den anderen dann auch blockieren. Aber dann würde der euch natürlich auch blockieren beim nächsten Sprung. Das wär dann natürlich kacke. so und der hat es halt falsch der ist durch der hoch ah scheiße na gut oh Jetzt zeigts mehr durch. Die drei so ja? Hat der vierte noch? Ah scheiße. 48 Sekunden sind noch den Schammer durch. Aber wie sollten die schenken und das alles da kriegen? Höchstens wenn er nicht so viel Power hat, dass er dann auf die Etage tiefer kommt. Also entweder haben wir so ein Stellrädchen, wo wir dann das einstellen können. Oder jetzt so wie hier. Ach hier haben wir jetzt beides. Auf einer Seite der Knopf ist das was sich bewegt. Und das Hebelchen ist für eine Feder. Die ist da oben. Ach so blau. Falsch. Hoch. Blau auf. Rosa auf. Blau runter. Ach jetzt geht er wieder ab. Mist. Da ist sie wieder abgeholt. So. Dann hoch. Runter. Ja. Oh scheiße falsche Richtung. Ja. Vielen Dank. Da sind wir schon wieder an der Cenzielle. Das ist es oder das ist das Wichtigste. Juhu! Autsch! Juhu! Juhu! Oh fuck Dann lassen wir die erstmal da unten Also wie das zu Zu viel gehen soll Ich habe keine Ahnung So Zack hoch Huff Runter Hoch Runter Ach scheiße Na ja ja Gucken wo der hinläuft Na unten Okay Doch Ach Ach Mist Seid das um Schade 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 Den hoch Lassen wir mal das nächste Lassen wir mal das nächste Juhu! 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 Oh Juhu! Oh Juhu! 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 Oh, fuck. Oh, der fällt runter, scheiße. Aber jetzt habe ich mit dem alles eingesammelt, blau bin ja eigentlich ich. Müsste ich mit meinem Profil, mit dem ersten Profil jetzt natürlich ein bisschen besser aussehen. Von den Punkten her. So, das sieht dann so aus. Sieg. Nächster, nächster. Neues Melby. Oh, wir haben ein neues gekriegt. Ah, ein neues Melby. Okay. Man kann auch neue Melbys freischalten. Oh, jetzt haben wir wieder so weit. So. Was ist das? Das ist das. Lassen wir den mal hier. Hoch. Hi. Nein. 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 Ich konzentriere mich erstmal auf meinen blauen. Ja. So, der ist durch. Oh, ich kann doch bestimmt die Zeit wieder in die Jahre sein. Das war's für heute. Zeit ist um. Scheiße. Jetzt schaffen wir das weg. Das runter. Dann machen wir das hoch und weg. Das runter. Hoch. 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 Oh scheiße. Ist abgesoffen. Mist. Hier geht's. Hier geht's. So. Die sind durch. Aber wie kriege ich das jetzt? Ach so, ich hätte den Feuer hochmachen müssen und hätten die so langdurfen können. Ah scheiße, ja daran habe ich jetzt nicht gedacht, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, neuer Aufkleber, ok, was können wir jetzt mit dem Aufkleber machen? Oh, das sind jetzt auch böse oder was? Ach so, das ist das hier. Hi! Yoo-hoo! Boi! 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 Schüttel den Controller. Okay, ist sehr hoch, geil. Achso, jetzt habe ich vergessen zu drücken. Oh, jetzt haben wir was Neues hier, irgendwas mit einem Rad. Achso, dann muss man hier drehen. Ach, da können wir hier die Rolle machen. Oh, Schöter, da war der ja. Jetzt habe ich den zerquetscht. Was passiert, wenn ich es nochmal mache? Was passiert, wenn ich alle töte? Okay, das sollte man nicht machen, aber... Man kann es ja mal versuchen, was passiert. Niederlage. Okay, ohne Schlicht. So. Wartet mal jetzt. Hi. Hi. Achso, der Controller ist aus, deswegen geht nichts. Ja, wir beenden jetzt mal. Wir spielen nämlich schon fast eine halbe Stunde. Ja. Ist wirklich ein echt süßes Spiel, muss ich echt sagen. Aber schwer. Ich frage mich echt, wie man das mit mehreren Leuten seine Figuren durchkriegen soll. Weil jeder denkt ja an sich. Und will ja seine Figur durchkriegen. Und mit seiner Figur Punkte sammeln. Und wenn man sich dann gegenseitig blockiert und dann natürlich keiner durchkommt, ist verloren. Dann muss man nochmal von vorne anfangen. Und dann muss man dem anderen helfen, dass der mir hilft, sozusagen. Also ich stelle mir das schon mit vier, fünf Mann, stelle ich mir das schon bestimmt echt lustig vor. Aber ich habe es jetzt leider nur alleine spielen können. Meine Frau wollte nicht mitmachen. Aber muss sie auch nicht. Ich werde das auf jeden Fall mal mit ihr spielen. Wenn mal ein bisschen Luft ist, wie ein Kind und so. Und ja. Also von mir auf jeden Fall Doppeldaumen hoch. Ich liebe die Playlink-Spiele. Ich liebe sie einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Die sind so geil. Die machen immer Spaß. Hidden Agenda zum Beispiel. Oder Wissen es macht Dekaden. Da gibt es so viele geile Playlink-Spiele. Und ich hoffe, dass die Schiene von dem Playlink weitergefahren wird. Auch wenn PS5 kommt oder so. Das ist was, was man wirklich weiter verfolgen könnte. Man nimmt sein Handy als Controller. Man guckt hier zusammen auf den Bildschirm und hat Spaß. Das ist einfach geil. Also ihr kann es nicht anders sagen. Mir macht es megamäßig Spaß. Wenn es euch jetzt natürlich gefallen hat. A Däumchen wäre a Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Haut a euren Rinden. Ahoi. Sagt euer Odin.